Hallo, halli, hallo! Ich bin's, eure Mavi. Auf das heutige Video muss ich so lange warten, denn ich durfte ja noch nichts verraten, aber ich war letztes Jahr im Sommer bei den Dreharbeiten von dem neuen Kinofilm Lilianus Dusenwind und ich durfte da auch so eine kleine, klitzekleine Komparsenrolle sprechen, aber jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und es geht auch schon los mit dem Video. So, wir sind jetzt hier angekommen auf der Burg Dreiborn. Hier hat es gerade leider angefangen zu regnen und ich kann es euch aber zeigen, stehen auch schon überall, so viele Wägen rum und die Burg ist schon ziemlich alt, also sehr alt. Als wir dann in der Burg waren, war es so ein bisschen gruselig, nicht gruselig, sondern so ein bisschen gespenstisch, weil eben drin war alles so alt und so was und wir durften noch oben auf dem Dach wurden und innen drin standen überall schon so alte Möbel herum und es war halt so ein bisschen moderisch, aber es war eine richtig coole Kulisse. Wir sind jetzt oben in der Burg, hier sind schon noch fünf Kulisse aufgebaut, das sieht so cool aus jetzt. Ich blende euch unten dann mal an, wie es im Film aussieht. Also du spielst ja dann Jeff in dem Film. Ja, genau. Ich glaube im Buch heißt er eigentlich Josiah, aber ja. Gab es denn eine Szene, die besonders schwierig war, die bis jetzt gedreht hast du in dem Film? Ähm, besonders schwierig? Nein, eigentlich noch nicht. Gab es denn eine Lieblingsszene? Ja, das ist die Szene, ähm, wo wir der, ähm, ähm, wer ist die jetzt, Vanessa, wo sie der Vanessa hinterher, ähm, radeln, auf diesem Dreiradding, das ich, das Jessiah ja gebaut hat. Ähm, weil, das ist meine Lieblingsszene, weil, ähm, Malou hat immer ein bisschen Probleme mit nur mit einer Hand zu steuern. Das sind wir einmal, ähm, als es geregnet hat, es war nass und wollte sie bremsen und fährt voll in so einen Zaun rein. Und ja, ja, das, das war halt mein, das fand ich witzig, ja. Wie alt bist du denn? Ich bin 13 jetzt. Musstet ihr auch mal eine Szene wieder, auch wiederholen? Das ist eigentlich fast immer so, also eine Szene, die macht man meistens nicht nur einmal und dann ist sie drin, also außer bei ganz, ganz, ganz billigen Sachen, ähm, weil das so, da war ich noch nie unbedingt. Es ist fast so, ähm, bei Filmen auf jeden Fall ist es so, dass du immer mindestens zwei bis drei machst. Wie alt bist du eigentlich für Filme? Äh, elf? Ich glaube, elf. Ich glaube, ich bin elf. Mario hat uns gerade erzählt, was ihr Lieblingsfach ist. Ferien. Ferien, ja. Das war auch eins meiner Lieblingsfächer. Neben Sport und Musik. Also, wem spielst du im Film? Ich spiel den Papa von Liliane Susewind, den Ferdinand Susewind. Macht das denn Spaß, den Tieren in der Szene zu drehen? Äh, ja, es macht schon Spaß, aber man muss natürlich darauf vorbereitet sein, dass in der Szene immer jemand quatscht, der eigentlich dazu gehört. Also, weil, wenn jetzt da zum Beispiel der Hund sitzt, ne, auf dem Drittenstuhl hier, dann, ähm, würde der, wenn er was sprechen soll, ja, eigentlich nur so machen oder vielleicht, ähm, bellen. Und auf dieses Bellen würde dann der Text draufgelegt werden, vielleicht. Dann hat man halt eine Mundbewegung von ihm erstmal. Und das heißt also, wenn der Hund bellen soll, dann sitzt da ein Tiertrainer, der schreibt dann in der Szene, gib laut! Und du spielst gerade eine Szene und sagst zum Beispiel, ja, also, ich, äh, bin jetzt gerade dabei, mein Buch, ähm, fertigzustellen. Gib laut! Hm? Achso, achso, der Hund, ja, genau, okay. Also, weißt du, dann bist du erstmal irritiert, weil, ja, da redet jemand, ja, wenn es so redet mit dir, aber dann redet natürlich mit dem Hund. Das heißt, wir müssen alles, was wir da so sprechen, wahrscheinlich danach nochmal im Synchronstudio nochmal neu aufnehmen, nochmal neu einsprechen. Weil du halt immer jemanden im Hintergrund hast, der sagt, gib laut! Bleib! Fass! Irgendwie sowas. Den Brunsel habe ich übrigens auch kennengelernt. Der war voll süß in seinem Männchen. Ähm, hast du denn Haustiere? Ähm, ich hab nur Motten zu Hause. Sieht ja toll aus hier. Jetzt endlich hatte auch Liliana Susebett für mich Zeit und ich war ein bisschen aufgeregt, sie mal sprechen zu dürfen. Toll, wir beiden haben einen tollen Tag. Also, du spielst ja mit Lilly, also Liliana und Phil. Ähm, ja, wie alt, bis jetzt bist du denn? Ich bin Elle. Ähm, warte mal, ich hab mir ein paar Fragen umgeschrieben. In meinem Hund. Ähm, kennst du die Bücher? Ja, ich hab's vorher geschenkt bekommen, aber noch nicht gelesen und, ähm, für den Film hab ich das gelesen und auch den zweiten und dritten Teil. Ähm, das ist schon möglich. Gibt's dann auch noch einen zweiten Teil von dem Film? Es ist ein zweiter Teil des Plan. Aber das, ähm, er wird nur gedreht, wenn deine Fans alle ins Kino gehen. Ähm, kannst du meine Fans nochmal grüßen? Hallo, wir sind hier am Set von Liliana Susebett. Und, ähm, hoffentlich geht ihr alle ins Kino und guckt Liliana Susebett und guckt weiter mal aufs Kanal. Jetzt kam Vanessa zum Teil. Ähm, welche Rolle spielst du denn in dem Film? Also, ich spiel die Vanessa. Das ist, ähm, sozusagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf. Sagen wir mal so, es ist eine nicht ganz so freundliche Figur in dem Film. Ach so. Ja. Kannst du auch schon die Bücher? Nee, die kannte ich nicht. Also, ich, ich, äh, kenne nur das Drehbuch eigentlich, das wir haben. Ich glaube, es ist auch so, dass die Figur, die ich spiele, die Vanessa, die gibt's, glaube ich, gar nicht, ähm, in dem eigentlichen Buch. Also, es hat Manu zumindest erzählt. Ja, die gibt's auch, glaube ich, gar nicht, weil ich hab die Bücher mal gelesen. Ähm. Kann ich dich was, Franz? Ja, kannst du. Wer bist du? Ähm, ich bin neun. Und hast du noch Hobbys, die ganz mit YouTube zu tun haben? Also, ja, ich turne, spiel Tennis und gehe nähen. Boah. Ganz schön viel. Ja. Cool. Was macht dir am meisten Spaß von den Sachen? Also, turnen eigentlich. Ja? Ja, ich hab zu Hause auch ein Trampolin und eine Turnmatte. Cool. Mach ich das auch ganz oft. Voll gut. Ja, schön. Sind wir dann schon fertig? Ähm, ich hab noch eine Frage. Ja. Wie alt bist du denn? 33. 33? Mhm. Jetzt kam auch die Christoph Maria Herr zum Interview. Den find ich ja immer total lustig. Und er spielt den Toni, also den Tierpfleger, im Film. Ja. Ähm. Also, du spielst deinen Tierpfleger in einem Film. Mhm. Und, ähm, geht das denn eigentlich immer gut, mit den Tieren zu drehen? Ähm, bisher haben wir viel Glück gehabt. Ja. Ich hab eine Szene gehabt mit dem Elefanten, der wollte nicht immer so, wie der wirkliche Tier Trainer es wollte. Und der ist, ähm, während wir diese Szene gedreht haben, ähm, 1000 Tode gestorben. Aber ich dachte, jeden Moment läuft der Elefant über den Christoph drüber hinweg. Ja. Oh. Und trampelt den platt. Ist aber Gott sei Dank nicht passiert, sonst hätt ich jetzt nicht neben dir. Was für Tiere spielen denn alles mit? Äh, ganz viele. Also wir haben ein paar reizerdehnte Elefanten, dann haben wir Lamas, wir haben Emus, wir haben Adigatoren, wir haben Ziegen, wir haben ganz süße Schweinchen, so Ferkel. Die hab ich auch alle durchgestreichelt und die waren total süß. Und die haben mit ihren dicken Steckernasen, haben die immer so auf meine Hand so drauf gestempelt. Das war total süß. Ähm, das sind so die wichtigsten eigentlich. Ist der Film eher lustig oder spannend? Der ist so lustig, wie er spannend ist. Und so spannend, wie er lustig ist. Also es ist jetzt keine reine Komödie, aber es ist jetzt auch kein Krimi irgendwie, wo man die ganze Zeit denkt, ah, wer ist denn jetzt der Böse? Der Film schafft eine gute Mischung. Gut, dann... Dann war's was, die Mavi hat keine Fragen, ne? Und der Christoph hat keine Antworten mehr. Jetzt ging's aber ab zum Set für mich. Aber wie? Magst du den Ton jetzt machen? Wollen wir das aufnehmen? Hast du einmal die 78 da? Oder kannst du den Text? Ich kann den Text. Gold! Mega! Da ist der Text. Oder? Ja. Genau. Okay. Aber du weißt, dass wir, ne? Wir können mal probieren. Bitte. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie das beliebteste Mädchen der Stadt, Trixi Goldig. Mal nur mal ein bisschen länger gezogen, Trixi Goldig. Okay. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie das beliebteste Mädchen der Stadt, Trixi Goldig. Thomas? Für mich ist okay. Perfekt! Super! 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 Gut gemacht! Obwohl es draußen so der Regen hätte, gehen wir für die Schwanzblende noch weiter am Set. Don't speak! Trixi Goldig. Super! Mal nur, tu mal ein bisschen Haare mehr nach vorne. Haare mehr nach vorne über die Schulter. Beide auf die hinteren. Von der anderen Seite her. So ist es besser, ja gut. So, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ihr habt jetzt auch ein bisschen Lust bekommen auf den Kinofilm. Und ja, dann würde ich mich natürlich wenden. Ticken Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Tschüss Leute! Zuja, denn wenn wir hier eine bis zum Ein hubs und nicht attraktieren können, Dann D EM, wenn du bei uns vor nicht. Wir dürfen nun Hause. In der, Mediamento von T Renton. On lithium. Hint.